Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da. Bleib da. Ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es... ist... Sarah. Es ist für Kathy, okay? Sie... sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich... ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei. Drei. Wir haben... drei Archen für Outboard konstruiert. Ja, die sind fort. Nein, nein, nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch... auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit... kann ich... kann ich... Isaac! Es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah! Mit oder ohne MPT, unsere, Kathys einzige Hoffnung ist Outboard... Hör mir zu! Wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat. Kathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich... ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outboard gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah! Outboard ist falsch. Sarah! Alles daran ist... Was? Ich... Ich... Du musst das verstehen. Ich... Ich muss los. Alex? Alex? Alex! Terminal Zugriff! Schick sie los! Isaac? Nein, 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 nein! Sarah! Sarah, du das nicht! Ich kann das nicht zulassen! Nein! Nein! Oh, Sarah. Was habt ihr getan? Bleib bei mir. Bleib bei mir. Es ist okay. Es ist okay. Tut mir leid, Kathy. Es ist okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, hey, Sarah. Nein. Nein, nein, nein. Sarah? Sarah? Es ist okay. Es ist okay. Es tut mir so leid. Es ist auch so leid. Alex. Das hier muss niemand sehen. Ich habe ihn. Es tut mir. Okay, dann sage ich jetzt umzündig. Hat er nun reden? Oh, Mann. Ich selber sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020